So, dann können wir nämlich hier mal Wasser setzen. Ist das jetzt die ganze Fläche? Scheint so. Okay, dann... Dann können wir ja hier auch das ganze machen. Ach ja, hier muss ich dann noch mal kurz aufreißen. Moment. Verdammt. Mal sehen, wie doof ich mich dann in der ersten Stunde im Turnunterricht anstellen werde. Sport verträgt sich ja so gut mit Minimalschlaf. So. Jetzt mach ich's mal kurz so. So. Hier könnten wir ja jetzt praktisch einfach mal hier aufreißen. Müsste das Wasser gleich... Rausschießen. Wie kann ich sagen, hier... Da. Hier. Da. Und... Hier. Dann kann ich hier nämlich... Zubauen. Kann hier nochmal Wasser schöpfen. Führt da und da. Da. So. Und jetzt... Folgendes. Jetzt geht's doch. Okay. Okay. Oh, okay. Ich würde gerne mein... holz wiederbekommen wenn es recht ist ein block holz kann ich schon mal drauf verzichten und dann klappe ich den hier mal kurz raus also müsste ich das holz haben so können wir jetzt wieder reinsetzen zwei stück fehlen uns noch dann nehme ich dir jetzt einfach mal schnell von hier na 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 ... und dann sind die Felder mal soweit fertig... ... obwohl wir theoretisch... ... noch Dach machen müssen... ... denn dann fangen wir hier mit an... ... und gehen hier überall... ... ein... höher... ... außer natürlich da wo die Fackeln stehen... ... so dann müssen wir noch hier und hier... ... perfekt... ... so... ... einmal... einmal... ... packen wir nicht die Pilze hin zum Essen... ... so ich denke... ... ne... ... ne ich pack's jetzt einfach mal hier rein... ... ist ja egal... ... so dann nehmen wir hier das... ... dann nehmen wir hier... ... das... ... und... ... und... ... ja... ... ok... ... noch ein Crafting Table hier zu... ... das Zeug lassen wir... ... und... ... ach ja genau... ... Haken wollte ich eigentlich... ... jetzt weiß ich's wieder... So, ich packe ich jetzt einfach mal hier zu. Und hier müsste das Lichtlevel eigentlich ausreichen. So, dann machen wir es nämlich so, 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 so. Wie kann hier ein Zombie oben sein? Dürfte doch gar nicht spawnen. Hm. Du kannst nicht schicken. Ach ja, hier fehlt uns hier noch eine Kleinigkeit. Habe ich fast vergessen. So, dann machen wir es so bei den großen. Kommen die Weizen. Und bei den anderen noch Bedarf ... Ach so, vielleicht kann ich das ja gar nicht auf dem Unborn... ...wann dann... So, okay. Jetzt ist hier schon wieder einer. Jetzt habe ich die Sticks nicht mitgenommen. Ich denke, dann machen wir noch eine Glendigkeit und zwar... ...letzte Aktion für heute. Das hier... ...die hier... ...weil es ja egal ist, machen wir die ganzen Surf... ...also... ...2-3-1-2-3... ...1-2... ...ja, okay... ...Sticks... ...oh, hallo kleiner! ...eine seltsame Kreaturen... ...wenn ich hätte es ja auch so machen können... ...und... 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 Oh, was ist das? Du nicht. Du nicht. Kleiner So hier Da Shit 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 Und da Und tschüss Die sind verdammt flink Lasst mich in Ruhe Ich will nichts Ich will nichts Ich sagte ich will nichts Oh Ja Es ist hell genug Denke ich Heute Ich will nichts Ich will nichts Ich will nichts Ich will nichts So, und ich denke dann hier haben wir kein Problem, aber hier, auch wenn es jetzt schwebend etwas doof aussieht, ich möchte hier nicht drunter fallen beim Ernten. So, und ich denke dann hier haben wir kein Problem, aber hier, auch wenn es jetzt schwebend etwas doof aussieht, so, und auch wenn wir jetzt nicht schlafen können, ich werde es jetzt trotzdem tun, denn sonst kippe ich echt noch aus den Latschen. So, ja, Kavelstrom, das Nahrung können wir streichen, da haben wir ja jetzt wahnsinns Mengen angesammelt. Also, danke litte fürs Zusehen, endlich sind wir wieder zu Hause und gute Nacht.